In diesem Video beschäftigen wir uns unter anderem mit schweren Verbrechen, die an Menschen begangen werden. Wenn das ein Thema ist, das euch persönlich zu nahe geht, dann schaut euch das Video nicht an. Und falls ihr davon betroffen sein solltet, dann findet ihr Informationen und Hilfsangebote unten in der Infobox. Die meisten Menschen haben zwar schon gehört, dass es zum Beispiel in Deutschland einen ganz bekannten Fall gab, wo eine Psychologin im Gefängnis auch über Stunden als Geisel genommen wurde und auch wahnsinnig schlimme Dinge erlebt hat in diesem Kontext von einem Gefangenen. Als ich mit 18 angefangen habe, Psychologie zu studieren, war für mich klar, okay, ich möchte das gerne machen, um andere Menschen zu verstehen und ihnen vielleicht auch weiterhelfen zu können. Woran ich dabei definitiv nicht gedacht habe, ist die Therapie von SchwerverbrecherInnen. Das hätte ich mir ganz ehrlich gesagt nicht zugetraut. Und deswegen freue ich mich umso mehr, dass ich heute Lydia zu Gast habe. Herzlich willkommen. Hallo. Lydia, du bist Kriminalpsychologin und wir werden nachher noch darüber sprechen, welcher deiner Fälle dir denn bis jetzt am nächsten gegangen ist. Aber davor würde es mich erst mal interessieren, was machst du denn so als Kriminalpsychologin? Was ist das für ein Job? Ich habe während meines Studiums an der Ruhr-Universität Bochum, damals habe ich noch auf Diplom studiert mit den Nebenfächern Psychopathologie und Forensik, während dieses Studiums habe ich ein Praktikum gemacht in einer sozialtherapeutischen Anstalt. Das ist eine spezielle Art von Gefängnis, wo besonders rückfallgefährdete Sexual- und Gewaltstraftäter eine spezielle Art von Therapie bekommen. Ich habe also ein Praktikum gemacht in einer Gruppe, in einer Gruppentherapie für Missbrauchstäter. Und ich habe dann festgestellt, dass ich halt damit klarkomme. Und dann hat das Praktikum mich darin bestärkt, auch wirklich in diese Richtung meinen Hauptberuf zu wählen. Und ich arbeite halt bis heute sowohl in dieser sozialtherapeutischen Anstalt, da betreue ich inzwischen die Gewaltstraftätergruppe, als auch in einer Ambulanz für Sexualstraftäter, die also aus dem Gefängnis zum Beispiel entlassen sind oder aus dem Maßregelvollzug oder Menschen, die zum ersten Mal mit etwas auffällig geworden sind, wie dem Konsum von Kindesmissbrauchsdarstellungen, wie wir das nennen. Und die kommen dann in die Ambulanz, um eben Rückfälle zu verhindern. Ich habe bei mir im Psychologiestudium gemerkt, als es so in dieses Thema ging, wo es eben um Kriminalfälle ging, dass das was ist, was mir persönlich sehr nahe geht und dass ich mir nicht vorstellen konnte, das zu machen. Wo kam denn bei dir so zum ersten Mal das Interesse auf, beruflich in diese Richtung zu gehen? Ich habe nämlich schon als Kind mich gefragt, warum Straftaten in allen Zeiten und Kulturen quasi identisch vorkommen. Und darauf bin ich gekommen, weil ich 87 mit 4,5 mit meiner Familie erstmal aus Polen nach Deutschland bin. Das war also eine Flucht aus dem Ostblock. Dann sind wir in einer sozioökonomisch benachteiligten Gegend gelandet, wo ich auch aufgewachsen bin. Und da gab es einfach verschiedene Probleme, die auch mit Kriminalität zu tun hatten. Also Drogenhandel, Einbrüche, Raubüberfälle und ein Serienpyroman, der immer mal wieder irgendwie die Keller der Nachbarhäuser anzündete. Und auch in den Zeitungen, die zum Beispiel mein Opa gekauft hat, gab es recht viele Berichte über Straftaten. Und dann ist mir aufgefallen, dass die Geschichten sich gleichen. Und ich habe mir gedacht, wie kann es sein, dass die Geschichte hier aus Frankreich, dass die genauso klingt wie die Geschichte da aus England und die aus den USA. Und daraus schlussfolgerte ich, dass also irgendeine Logik in der Menschheit vorhanden sein muss, die Verbrechen begünstigt. Obwohl ja alle Menschen sich einig sind, dass man lieber in einer Welt ohne Verbrechen leben möchte. Daher habe ich mich gefragt, wo ist denn die Logik? Gibt es eine Erklärung für? Und relativ schnell wurde mir klar, wahrscheinlich ist die Psychologie die Wissenschaft, die mir am ehesten Antworten liefert. Da könnte ich also vielleicht die Antwort finden, warum es diese Art von Tätern immer schon gab, solange es Menschen gibt. Das ist Lydia. Sie ist 38, wohnt in Köln und ist Kriminalpsychologin. Das heißt, ich habe täglich mit Menschen zu tun, die ihr wohl vor allem aus Krimis kennt. Weil Lydia schon als Kind von True Crime, also wahren Kriminalfällen, fasziniert war, stand ihr Berufswunsch früh fest. Und deshalb hat sie nicht nur bereits neben der Schule einen Volkshochschulkurs in Psychologie belegt, sondern auch alles gelesen, was ihr zu dem Thema in die Hände fiel. Und weil ich noch nie ein Buch weggeschmissen habe, würden alle meine Bücher aufeinandergestapelt einen Turm von 60 Metern Höhe ergeben. Denn auch in ihrer Freizeit beschäftigt sich Lydia am liebsten mit menschlichen Abgründen. Ob Sekten, Verschwörungsideologien, Sagen, Gruselgeschichten oder abergläubische Überzeugungen, in dieser Wohnung findet sich zu jedem Thema etwas. Ich sammle aber nicht nur Bücher und Figuren, sondern ich schreibe auch selbst darüber. Lydia, du hast dein Hobby zum Beruf und deinen Beruf zum Hobby gemacht. Heißt das, dass du in deinem Job nie an deine Grenzen stößt? Wir machen jetzt mal weiter mit einem kleinen Spiel. Und zwar habe ich hier ein paar Situationen, bei denen ich mir so als Laie vorstellen könnte, dass das vielleicht in deinem Berufsalltag passiert. Bist du bereit dafür? Klar. Sehr gut. Nummer eins. Hast du schon mal einen Fall abgelehnt? Nein. Habe ich noch nie. Das liegt sicher daran, dass ich das große Glück habe, auf eine Art mit schweren Verbrechen umgehen zu können, die mich persönlich nicht so sehr belastet, weil ich Verbrechen immer abstrakt sehe, nämlich als Gesamtbild der Faktoren, die zu dem Verbrechen führen. Frage Nummer zwei. Hast du dich schon mal vor einem Täter oder einer Täterin geekelt? Da muss ich auch sagen, dass das nicht der Fall ist. Und ich muss sagen, dass das auch wichtig ist, weil wenn Täter und Täterinnen wirklich berichten, was sie tun, da ist ganz oft viel Scham dabei und auch Angst auf Ablehnung zu stoßen, was ja auch verständlich ist bei dem, was diese Menschen getan haben. Und es ist recht wichtig, dass sie dann aber merken, dass sie auf eine therapeutische Person treffen, die eben professionell damit umgeht und die ihnen nicht diese Ablehnung oder den Ekel spiegelt, vor dem sie sich auch fürchten als Reaktion. Hast du schon mal Angst gehabt, dass dir selbst was passiert? Auch da muss ich Nein sagen. Und das liegt jetzt aber nicht daran, dass ich irgendwie überdurchschnittlich mutig wäre, sondern die Settings, in denen ich arbeite, die sind halt recht sicher. Also statistisch gesehen, das sage ich immer, ist die Fahrt zur Arbeit mit meinem Auto um ein Vielfaches gefährlicher als meine Arbeit. Die meisten Menschen haben zwar schon gehört, dass es zum Beispiel in Deutschland einen ganz bekannten Fall gab, wo eine Psychologin im Gefängnis auch über Stunden als Geisel genommen wurde und auch wahnsinnig schlimme Dinge erlebt hat in diesem Kontext von einem Gefangenen. Und das ist natürlich ein Fall, der auch in unserem Berufsbereich uns sicherlich berührt hat. Aber statistisch ist das eben ein wahnsinnig seltener Ausnahmefall, wenn man bedenkt, wie viele Menschen in wie vielen Institutionen in Deutschland mit Straftätern und Straftäterinnen arbeiten. Hast du schon mal jemanden aus deinem privaten Umfeld heimlich analysiert? Da sage ich mal ja. Viele Menschen fragen ja PsychologInnen allgemein. Ja, kann es sein, dass du immer, wenn du Leute kennenlernst, sofort drüber nachdenkst, wie die so ticken? Das ist ja das typische Vorurteil bezogen auf Psychologie. Es ist aber so, dass wenn du natürlich zum Beispiel sehr viel gelernt hast und auch praktisch gearbeitet hast mit Persönlichkeitsbesonderheiten, dann kann es sein, dass du relativ schnell einen Eindruck bekommst, oh, da ist ein bisschen hier von der Besonderheit wohl drin oder von der. Und natürlich, umso stärker Besonderheiten ausgeprägt sind, desto einfacher ist es, sie dann zu erkennen, wenn man vom Fach ist. Was würdest du sagen, welcher Aspekt an deinem Beruf denn eine besonders große Herausforderung ist? Oder so ein Punkt, wo du vielleicht gemerkt hast, okay, wenn ich damit klarkomme, dann ist das der richtige Job für mich? Genau, das ist eine ganz wichtige Frage, weil viele Menschen heutzutage sagen, ah, Verbrechen sind super interessant und ich lese voll gerne True Crime Bücher. Also viele Menschen schreiben mich auch an und sagen, ja, könnte ich denn dann vielleicht auch in diesen Job gehen und eben StraftäterInnen therapieren? Und ich sage immer, das Interesse für True Crime ist keine hinreichende Bedingung, um so einen Job zu machen. Und da empfehle ich eben das, was ich auch selbst getan habe als Studentin, nämlich, wenn jemand zum Beispiel Psychologie studiert oder soziale Arbeit oder was auch immer, dann mal während des Studiums zu versuchen, einen Praktikumsplatz zu bekommen in zum Beispiel einer Justizvollzugsanstalt, in einer Maßregelvollzugsanstalt und zu schauen, ob die Arbeit wirklich mit den echten Fällen, mit den echten Menschen, ob die nicht zu belastend ist. Wenn man sich jetzt so die Kriminalitätsstatistiken anschaut, dann fällt dir auf, dass der Großteil der TäterInnen Männer sind. Wie wirst du denn von denen so wahrgenommen in deinem Job? Meine ganz persönliche Erfahrung ist, dass diejenigen, die dann zu uns kommen, uns, ich sage mal, das scheint nicht nur für mich zu gelten, eher als den Psychologen oder die Psychologin wahrnehmen, also eher als unsere Berufsgruppe und weniger als Mann oder Frau. Wobei ich jetzt nicht behaupten möchte, dass das bei allen gar keine Rolle spielt, das wäre naiv. Aber ganz oft ist es so, dass die Personen erst mal da sitzen und wissen, da ist jetzt irgendwer, der hat irgendwie studiert, wie Menschen ticken und dann auch so denken, was kann der jetzt über mich wissen und was denkt der überhaupt, warum ich jetzt hier sitze und sich auch häufig schämend für verschiedene Dinge, die sie getan haben. Gab es denn einen Fall, der dir persönlich besonders nahe gegangen ist? Also es gibt schon natürlich Fälle, über die ich zum Beispiel auch länger nachdenke als über andere und durch den sehr guten Austausch mit meinen KollegInnen weiß ich, dass das sicherlich bei uns allen so ist, die eben mit Verbrechen arbeiten und mich belastet zum Beispiel, wenn ich weiß, dass eine Geschichte weitergeht. Was sich ganz viele sicher nicht vorstellen können, wir hatten einen Mann, der ist als Stiefvater in eine Familie gekommen und leider ist es nicht selten in diesen Konstellationen so, die Kinder hatten vorher einen biologischen Vater, der kein besonders guter Vater war, weder emotional noch auf irgendeiner anderen Ebene und dann kam halt dieser Stiefvater und der war der perfekte Vater, der war so nett und zugewandt. Er hat aber dann nach einer gewissen Weile angefangen, diese Kinder zu missbrauchen, die natürlich jetzt in einer furchtbar ambivalenten Situation waren. Sie wollten diesen tollen Stiefpapi nicht verlieren, gleichzeitig aber schädigte er sie furchtbar. Also das ist das Problem bei innerfamiliärem Missbrauch, dass das Gute und das Schlechte so verknüpft wird und die Opfer dann total überfordert damit sind, weil sie diesen Täter sowohl lieben als auch hassen. Und irgendwann konnten die nicht mehr, haben sich offenbart, er wurde angezeigt, er kam ins Gefängnis und im Gefängnis hat er dann uns mitgeteilt, schicken ihm diese Opfer Weihnachtspakete mit, wir haben dich trotzdem lieb, Papa. Und das ist, puh, das ist schon, ja, das ist natürlich auf einer menschlichen Ebene wahnsinnig krass, aber das sind diese Fälle, die glaube ich uns allen nahe gehen, weil wir trotzdem natürlich schauen müssen, wie sowohl dieser Täter jetzt Verantwortung übernimmt und nie wieder Menschen schädigt, als auch müssen natürlich die Opfer in therapeutische Behandlung gehen, um damit klar zu kommen, aber vielleicht versteht ihr, dass das so Fälle sind, die natürlich nicht spurlos an einem vorbeigehen so. Es gibt aber natürlich auch Fälle in unserer Arbeit, die uns auch deutlich machen, warum wir eigentlich diese Arbeit machen. Und wenn wir nicht immer wieder sehen würden, nicht nur kurz, sondern auch langfristig, dass wir Menschen verändern können und dass wir auch dafür sorgen, dass weniger Straftaten geschehen, dadurch, dass Menschen auch viele Jahre nach beispielsweise einer Haftentlassung nicht rückfällig werden, dann ist das eben der Grund, warum wir überhaupt diese Arbeit machen in meinem Berufsbereich. Lydia, vielen Dank, dass du heute da warst und uns einen Einblick gegeben hast in deinen Berufsalltag. Sehr gern. In diesem Video hat unser Kollege Frank von Die Frage versucht herauszufinden, ob ein wegen Mordes verurteilter Mann zu Unrecht im Gefängnis sitzt. Und hier unten kommt ihr zur letzten Auf Klo-Folge. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.